Wenn ich etwas geben, ist die Eberswalder Wurscht. Das würde ich gerne nicht. Ja, das würde ich auch aus der Ecke. Also Eberswalder, das waren die Einzelnen, die haben ja 10.000 Euro, geben sie mir. Und wenn ich zurückkomme, bekomme ich 100.000 Euro für den Zweck. Also ich kann entscheiden, wer das Geld bekommt. Welche Organisation von unterwegs oder in Berlin oder egal was. Alle anderen haben mir zum Beispiel Einsatzreifen umsonst gegeben. Was ganz wichtig ist, Hamburg Süd, die Rederei, hilft mir in jedem Hafen, das Auto auf den Container zu bringen. Und ich darf mitfahren. Man darf nämlich auf dem Containerschiff nicht mitfahren. Und das hat Dr. Oetker, der auch mal damals, dem gehört Hamburg Süd. Der hat dafür Verständnis, dass ich mein Auto nicht verlassen werde. Ich bleibe auf dem Punkt.